Ich habe das Gefühl, dass Sie diesen globalen Hass verdient haben. Pro Tag findet man in Österreich rund acht solcher antisemitische Hass-Postings im Internet. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel hat die Judenfeindlichkeit stark zugenommen. Seit dem 7. Oktober 2023 haben sich die antisemitischen Vorfälle in Österreich mehr als verfünffacht. Ein starker Trigger ist dabei das Internet, besonders die sozialen Medien. Die Regierung will jetzt die digitale Welt sicherer machen. Insgesamt umfassen die Maßnahmen 15 Punkte. Unter anderem sollen Social Media Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Die Zusammenarbeit mit Suchmaschinen und Social Media soll bei einem Gipfel im Bundeskanzleramt verstärkt werden. Außerdem soll künftig künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Da reden wir natürlich auch vom Bereich KI. Da reden wir davon, dass es Maßnahmen geben soll, möglichst einheitliche Tools, auch im Bereich der KI-gestützten Systeme, um die Erkennung und Bekämpfung antisemitischer Hate Speech und antisemitischer Fake News möglichst schnell voranzutreiben. Antisemitismus ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Daher ist auch jeder einzelne gefragt, antisemitische Postings zu melden. Die Plattform für Grundrechtspolitik fordert aber mehr Geld. Das Problem ist ein sehr großes und wir freuen uns, dass die Regierung das hier wirklich auf die Agenda gehoben hat. Aber es bräuchte noch mehr. Es bräuchte vor allem auch mehr Ressourcen für die offiziellen Meldestellen von Hass im Netz und Antisemitismus. Auch die SPÖ lobt das Nachschärfen der Regierung bei der nationalen Strategie gegen Antisemitismus, fordert aber auch einen nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Nachschärfen die Vielen Dank.